Also ich kann nur jedem ans Herz legen, auch wenn ihr das Wort Hypnose hört. Hört euch auf jeden Fall an, was derjenige zu sagen hat. Die Hypnose ist ein Geschenk. Ich glaube, fast jedes Thema kann man mit Hypnose therapieren. Es verändert alles, ja, zum Guten, ja. Jeder kann das für sich umsetzen. Da ist Simone wirklich der Mensch, der einfach richtig ist, die richtige Frau am richtigen Platz. Simone war total abgeliefert. Also ich habe gedacht, wie kann sie sich so sicher sein, mir sowas zu versprechen, dass sich da etwas Positives verändern wird. Und mir ist sofort klar geworden, wie wichtig und wie gut diese Methode ist und wie effektiv. Und dass ich die unbedingt für mich brauche. Also Simone sagt ja auch immer, wir sollen alle ausflattern und es allen erzählen, wie toll es funktioniert. Und dass es einfach funktioniert, Hypnose. Und sie möchte das einfach wirklich aus vollem Herzen, dass es einfach viele können, weil Hypnose einfach funktioniert und das Leben verändern kann. Aber Simone weint heute noch, wenn sie sieht, dass sie in der Hypnose jemanden berührt. Hier lebt es. Du kannst 100 Bücher lesen, wenn du es nicht fühlen kannst, kommst du nicht weiter. Dieses Lebendige ist das, was einem auch viel mehr und viel schneller lernen lässt. Und jeder hat so seine Erfahrungen und jeder wird sein Produkt finden, das er nachher anbieten kann. Und dabei hilft Simone, dass sie unsere Stärken auch erkennt und uns die auch zur Not sagt, wenn wir sie selber nicht kennen oder erkennen. Eine ganz große Bereicherung für mein Leben ist das hier. Wenn das für dich jetzt interessant klang, dann freue ich mich auf ein unverbindliches Beratungsgespräch mit dir. Meld dich einfach. Bis bald, deine Simone. Bis bald, deine Simone.